Die Shitshow ist vorbei. Ich blick mich auf. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich hab was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Hm. Ich hab ein Date mit Misty und... Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erst mal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Überlass mir das. Aber nochmals. Du bist vor. Geist wieder. Du bist ja. Bis zum nächsten Mal. Geist zu dir. Wie? Das ist ja. Du bist ja. Vielleicht auch. Ich bin jetzt auch. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Das war's für heute. Einfach nur. Eine Stadt wie jeder andere, nur größer. Nein, nicht wie jeder andere. War Blackhand, Elber Weyland, Adam Smash, und hier kommen Legenden. Ich hab verhunger. Folgen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, sie haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Ach, stimmt. Stimmt. Gründlich, oder? Ich wusste es. Wir werden hinter uns verfolgen. Ich kann es. Wie das ist, ist kein bisschen. Gav, ich aus der Flucht da. Entfassung, Jackie. I love being sheen. Gar nicht. Halt ihn ruhiger. Bist halt ein Wien. Hier ist er. Hab euch Arschlöcher. Die Zieler sind Pfarrer. In Gado. Dein Baby ist arg zerkratzt. Es tut mir leid, wie. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Das kann man nicht alles. Wotzen ist bis auf weiteres abgeschwärt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Offenshaft. Bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche, ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Hm. Ein guter Grund. Sieh an. Kein Musterbürger. Aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst Sie durch. Aber Sie sind die Letzten. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. So was. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Ähm, immer? Ich bin immer nicht nett. Ich bin immer weg. Sie gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind leer! Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Max. NCPD-eigene Sondereinheiten. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder kommt. Idioten wie Dieter pressen die zu Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Schacht, wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Hilf, sie lassen mich wohl. Bist du dir da sicher? Ja, ich bin lieber den netten Drecki. Grüß, Misty von mir. Werde ich. Ayo logo. Guten Abend, Night City. Mein erster Gast heute ist der Präsident der Kirche von Eliyahu. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommt die Details. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Carina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Ich kann mich nicht beschweren, Seki. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantate sprechen, das momentan... Das blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Was ist los? Ich hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh, hier. Kannst du bitte einfach aufhören? Der Hausmeister kriegt was zu hören. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020